Wo hin jetzt? Ich gucke gerade ob da noch was drin ist Nein Ähm S-Driver Warte, wir fahren nach unten, oder? Ka Ne doch, wir fahren nach oben Gibt's hier links von uns irgendwas zum Looten? Und uns einfach auf der Straße folgen Auf der Straße folgen? Nur nach rechts, ne? Hier nach links geht's irgendwo wahrscheinlich auch nur zum Spieler Ah stimmt, da gibt's nix Du tut Das nächste was kommt ist irgendwann auf der rechten Seite die Scheune Wir haben eine Waffe und so Wir müssen eine Spieler suchen Warte, fuck Das Bike jumpt Das Bike jumpt Siehst du das? Hast du's gesehen? Ne Das Bike bei mir ist gehüpft Dreh dich mal um Hast'n geilen Background Das brennt, ne? Hm Hab ich eben schon gesehen Wie ich einfach nur rollen muss, ey Ah, ich fahr' wie so'n Verrücker Surpreise, bitches No Wie ein Motorradfahrer bounty Nie Gier Nix Wie ein Motorradfahrer No Hä Wir sind ins Schloss Mit dem Schloss Wir sind ins Schloss Noch wie ich mein fahrrad so demolieren kann aber es immer noch funktioniert steht ich hab das fahrrad kaputt gemacht wo bist du ein genius ja aber es fährt noch mit 20 30 die immer noch schnell genug und jetzt jetzt noch 50 so wie machen wir das jetzt mit dem gut was für das fahrrad kaputt gefahren ja ich hab's kippen er ist extra zu mir leid alter wie ich mit a kommen drauf geschissen ich laufe aufwärts wird es echt antun mit mir zu fahren los ja war wohin keine ahnung ist die weltigkeit und noch viel weiter wir reiten den sonnenuntergang ja genau wir reiten ich bin nicht geschossen stimmt gut wir können jetzt der strecke fahren und dann sind wir nachher auf einem kleinen örtchen auf anderen seite der stadt jaja kannst du einfach mal weiter fahren ich werde dann was eigentlich auch kurz nach vier noch lange zeit wollen wir nachher eigentlich mal ein server wechseln wo ich dann vielleicht mal what oh god one frame ich hätte für moment zero frames nur damit ich halt hier meine eigene vision einstellen kann weil sonst leckt das irgendwie ganz schön ja aber es ist doch kein server damit damit aber auf einem server sind keine leute nicht so viele aber wir haben es gibt welche hier wird geschossen irgendwie glaube ich das gefühlt dass wir permanent unter beschutzt stehen das ist kleine örtchen das stelle örtchen gut dann bleib mal steil oh shit ist bei dir das auch mehrmals durch die wand geglitscht nein bei mir schon so was haben wir hier ein bisschen revolver money und in irgendein andern bullshit was haben wir hier für ein bullshit ah mag er auch bullshit hier gibt es nichts verdammt ich bin zu fett für die tür fett sack alter ja holy shit ich habe den start links oder rechts rechts guck mal nach links dann weißt du wie weit es da geht drei meter nämlich die straße zu ende der ente der zombie könnte mit rennen jetzt fährst du noch ein bisschen und bist du schon in der nächsten start dann haben wir eigentlich schon die komplette insel der kunden das ist geil ne die ist so riesig das tat gut hast du gerade gemerkt dass du während du gerübst hast mal eben so auf dem hinterrad gefahren bist Achtung bremsen und links fuck 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 no comment ach so für michael jackson close enough ja zweimal ja weil zweimal nicht genug ist ne und dreimal auch nicht neu alter das ist rot punktvisier 뭔 der ist tot der steht da links kniet er fahr YOLO schlechtes der Schütze EU ACHTUNG ZAUN warte bleibt mal gleich hier hinten stehen und dann lass den mal killen bleib mal hier stehen ich blute ja brems 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 der hat auch ein Auto von vorne von hinten was das ist ACHTUNG ZAUN ne von irgendwo oberhalb der Straße ich bin ausgestiegen der dürfte mich glaube ich nicht sehen hier ist ein Panzer ich fahr weg ne ich komm gleich wieder zurück hier ist ein medico Supply ich blute tötest du ihn grad? tötet ihn! ich schieße einfach ich seh ihn nicht ach was? ich muss auch steigen ich kann ihn auch sehen bei mir bandit Fuck, aber zum Glück ist hier ein Milch-Wolf-Supply-Dings. Was steht da auf einer? Okay, was muss ich auch genau in seine Richtung fahren, aber trotzdem. Das tut nichts zur Sache. Alter, schlechtester Schütze-EU. No shit. Der hat mich zweimal getroffen. Oh, sogar dreimal. Ich bin nicht gestorben. Motorrad-OP. Ballert ihr immer noch rum? Ja. Der hatte gerade irgendwie total die gute Schusslinie auf mich. Das ist bestimmt der. Hast du ihn getötet? Nee, das war der nicht. Oh, schade. Das ist ja cool gewesen. Ah, ich weiß, wo er ist. Oh. Auf dem Berg. Mit einem kleinen Hügel. Kannst du auf der Map so schön sehen. Mieser, kleiner Wichser. Boah, graue Bischen ist... Ich bin ohnmächtig. Weißt du noch, wo ich die ganze Zeit ohnmächtig geworden bin? Nö. Das habe ich auch das Gefühl, dass mir das jetzt passiert. Oh Gott. Mach niemals Nightwish und Koch jetzt an, wenn du auf den Boden guckst. Ich weiß. Wie kann man nochmal aufstehen? Das ist ja auch gestorben. Fightet ihr immer noch? Warte, ich... Ja, mich getötet. Doll. Wo ist er? Ja, ich war gerade mit einem Zombie beschäftigt. Ja, der stand da noch irgendwo rum. Ich verstehe das auch nicht. Ich konnte den nicht killen. Ich wusste, wo der lag, aber irgendwie... Weißt du, mir wurde ständig der Name angezeigt. Und ich glaube, entweder... Ich glaube, entweder ist das ein Teleport-Hacker oder... Egal, lass mal E-Server wechseln. So, was gibt es denn noch für nette... Server. Weil ich konnte den ständig bei mir im nahen Kästchen sehen, wenn ich den wohin geschossen habe. So, Multiplayer. Ich habe nicht auf der Red Café-Variante. Was gibt es denn hier? Es gibt einen Grund, kann ich da nicht drauf joinen. Egal, ähm... Warte, Filter. Alles, was Daisy Utes hat. Nach Playern. Mhm. So, jetzt habe ich keinen mehr, der mich beleben kann. Äh... Mich heilen kann. Hier ist noch ein Server mit zwölf Leuten. Zwölf Leute, Utes? Ja, glaub schon. Ich... Es gibt aber einen Massaker. Aber einen 109-Ping-Server. Egal, ich gehe mal drauf und gucke. Jure kicked off the game. Ich sehe ihn! Der steht da rum. Aus dem Längen-Rund kann ich da nicht drauf. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warte, kann ich dann auf den hier wieder drauf? Ich weiß, wo er ist. Wo ist der? Der steht da oben beim Berg, bei den Baracken. Ja, komischerweise wurde ich vorhin von vorne irgendwie gekillt. Wahrscheinlich, weil der immer wieder da hoch geht. Der liegt da. Der hat... Die Taliban-Maske auf. Ja, das ist Bandit. Ah, der sieht mich! Ich bin tot. Was heißt der? Wolltest du da irgendwie von unten hochgehen? Nein, wir gucken uns gerade genau gegenseitig die Augen. Ich so, er so. Ich so, er so. Ja. Puh. Aber wie konnte der mich... Wie konnte der mich sehen? Oh, hier sind wir. Warte, Baracken. Da war der Hügel. Alter, ich schaue mich so gerade. Immer noch auf dem gleichen. Ach, hier wird irgendwo rumgeschossen. Das ist German Beef, ist das. Links von mir wird geschossen. Nach auf dem Flughafen ist jemand. Ach, komm, ich versuche mit dem mal zu holen. Marcel. Hm? German Beef heißt der Typ. Interesting. Motherfucker. Fucking Motherfucker auf dem Master-fucking-fucking-es. Ey, wenn ich gleich D3 habe, ne? Geh ich erstmal Pony anpumpen für Geld. Das war aber erstmal... Wie viel Geld hat der? Viel, ne? Ein paar Mille, ja. Genügend. Wir sollen erstmal ein paar Mille geben, ey. Motherfucker. Kannst du so sagen, ja, äh, Pony, mach mal hier Powerfarming. Geh mal normal MP10 und dann, äh, geht das schon. Dann muss er dir noch seinen Hellfire-Ring ausleihen. Ist ja egal, welches Level oder was. Ja. Nooo, aber leid dir nicht. Der denkt, ich klau den. Ich kenn Pony. Also den einen Typen, den müssen wir echt noch killen. Da, German Beef. Ich bin wieder da, Bitches. Ähm. M. Ich bin wieder auf dieser Insel gespawnt. Oder meinst du wieder an dem dämlichen Ding? Ja, da wo ich eben gespawnt bin. Ja, ich bin auch da fast gespawnt. Ich bin dann einfach so Richtung Osten, Richtung Baracken wieder. Warte, waren doch die, oder? Ja. Dann wird der ja da irgendwo in der Nähe, war der ja. Irgendwo. Alter, mit den Lacks ist das so scheiße. Lacks so wieder? Ja, logisch. Ich kann ja hier nichts einstellen. Lass an den anderen Server gehen. Da kam ich gerade nicht drauf, dafür müsste ich nochmal neu laden. Äh, obwohl, ja. Abort. Server suchen.